Das hatte Brasilien gerade noch gefehlt. April 2016. Der neue Fahrradweg an Rio de Janeiro's Felsküste. Eingestürzt. Eine starke Welle hat ihn mitgerissen. Zwei Menschen sterben. Das Olympia-Prestige-Projekt. Erst im Januar eröffnet. Fusch am Bau. Kein gutes Omen. Brasilien gut 100 Tage vor Eröffnung der Olympischen Sommerspiele. Damals wie heute. Von Vorfreude. Keine Spur. Ich habe Angst vor diesen Olympischen Spielen. Der Brasilianer macht immer alles genau so. Einfach zusammengeschustert. Es ist nicht richtig gemacht. Es ist nur zum Schein. Das funktioniert so nicht. Olympische Spiele sind kein Kinderspiel. Werbevideo mit Fanfare. Eigentlich wollte sich Rio so präsentieren. Mit strahlenden Bildern vom Olympischen Park, vom Olympiastadion, dem Olympischen Dorf und auch der Radweg durfte nicht fehlen. Die Olympischen Spiele sollten nicht in Rio de Janeiro stattfinden. Wir haben nicht die nötigen Strukturen und mit so vielen Schulden, die wir haben. Uns geht es nicht gut. Man kann sich den Jubel von damals, heute kaum vorstellen. In dem Moment, als Rio de Janeiro die Olympischen Sommerspiele zugesprochen bekam. Rio de Janeiro. Oktober 2009. Getanztes Glück auf dem Sand von Copacabana. Ein Land im Boom. Fußball-WM und Olympia in Sicht. Brasiliens Zukunft, so schien es, hatte endlich begonnen. Heute scheint die Euphorie von damals Lichtjahre entfernt. Das ganze Land im Krisenmodus. Millionen haben ihre Arbeit verloren. Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind. Ganz in der Nähe von Rio de Janeiro kann man Brasiliens große Krise am besten erspüren. Trotzig fast, trainiert sie Tag für Tag. Für ihren großen Traum. Bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft hat Iris Tang Sing schon Bronze geholt. Jetzt will sie eine olympische Medaille erkämpfen. Und das im eigenen Land. Ich bin schon sehr stolz. Es ist eine große Leistung. Der Traum jedes Athleten ist es doch, bei den olympischen Spielen teilzunehmen. Vor allem bei den olympischen Spielen, die bei dir zu Hause stattfinden. Ja, es ist eine Leistung und ein großer Sieg, hier rauszukommen aus Itaboraí. Aus einem vergessenen Viertel, einer vergessenen Stadt. Ihre Heimatstadt Itaboraí liegt eine gute Autostunde von Rio de Janeiro entfernt. Und ist ein Symbol für die enttäuschten Hoffnungen des aufstrebenden Schwellenlandes Brasilien. Noch vor ein paar Jahren träumten sie hier vom Aufschwung durch die Erdölfunde vor der Küste. Es wurde investiert wie im Rausch. Heute, sagt Iris, sind alle Träume zerplatzt. Die Krise gibt es im ganzen Land. Aber ich denke, der Ursprung dieser Krise liegt hier, in Itaboraí. Hier hätte es so viele Arbeitsplätze geben sollen, so viel Einkommen. So viele Firmen wollten sich hier ansiedeln, so viele Hotels wurden gebaut. Jetzt steht alles leer. Alle haben ihre Arbeit verloren. Es betrifft ganz Brasilien. Aber hier in Itaboraí ist die Situation schlimm. Es betrifft alle. Die Zukunft in Itaboraí war vorbei, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Brasiliens größter Raffinerie-Komplex sollte hier entstehen. Baubeginn im Jahr 2008. 300.000 Barrel Öl sollten hier täglich veredelt werden. Die Politik versprach zehntausende Arbeitsplätze. Doch Brasiliens Vorzeigeprojekt wurde nie fertiggestellt. Die globale Krise, der Ölkonzern Petrobras in einem Strudel aus Korruption, der Ölpreis im Keller. Plötzlich war kein Geld mehr da für Investitionen. Es hat die Stadt kalt erwischt. Mehr als 1.500 Immobilien stehen heute leer. Das brasilianische Ölwunder in Itaboraí ist ausgeblieben. Ari Leitsche vom Wirtschaftssekretariat der Stadt führt uns durch das Helix Business Center. Es sollte einmal der Stolz von Itaboraí werden. Heute sind von 180 Büros nur 40 vermietet. Es ist, als wärst du in diesem verdammten WM-Spiel gegen Deutschland mit dem 7 zu 1. Nur, dass das Spiel nicht mit dem 7 zu 1 endet. Es geht immer weiter. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Es ist ein großer Rückschlag, der jedoch natürlich und vielleicht gesund ist. Denn wir lebten in Erwartung eines Traums, den die Politik uns verkauft hat, uns auferlegt hat. Und die Realität sieht anders aus als der Traum. Den Frust und die Wut spürt Iris überall in ihrer Stadt und dem Viertel, aus dem sie kommt. Ob auf der Straße oder im Training. Vor ein paar Jahren noch boomte Brasiliens Wirtschaft. In manchen um 7 Prozent. Heute schrumpft sie beständig. Und das ganze Land fragt sich, warum es sich nun auch noch auf Olympia freuen soll. Schon die Fußball-WM hat Brasilien wenig gebracht. Alle sind empört und viele geben auch den Olympischen Spielen die Schuld. Ach, so viel Geld wurde ausgegeben. Viele meinen, Brasilien hat es verdient zu verlieren. Als ich das heute gehört habe, wurde ich sehr traurig. Denn all dies hat nichts mit den Athleten zu tun. Im Gegenteil, der Athlet kämpft dafür, das Land zu verbessern. Sie stammt aus einfachsten Verhältnissen. Hat sich hochgekämpft und kann heute von ihren Sponsoren leben. Noch sind die, trotz Krise, nicht abgesprungen. Viele der Kinder aus dem Viertel werden von ihren Eltern vernachlässigt. Oft gehen sie nur ein paar Jahre in die Schule. Iris will ihnen Disziplin und Zuversicht mitgeben. Das ist ihr wichtiger, sagt sie, als jede Medaille. Eine Medaille bedeutet mir nicht viel. Was mir etwas bedeutet ist, was ich hier hinterlasse. Ich verändere etwas im Leben dieser Kinder, dieser Jugendlichen. Das ist sehr schön. Eine Medaille gewinnst du, dann legst du sie weg. Aber das hier wird bleiben. Es wird Geschichte machen. Daran wird man sich erinnern. Eine Medaille bei Olympia? Ich denke nicht an mich, ich denke an die Kinder. Es gibt gute Nachrichten vor Olympia. Der Bau der Sportstätten lief besser als erwartet. Wenig Chaos im Olympischen Park von Rio de Janeiro. Anders als vor der Fußball-WM wurde alles Wesentliche rechtzeitig fertig. Doch am Rande des Olympischen Parks blickt Maria da Peña auf das Areal, wo früher mal ihr Haus stand. Für sie war Olympia schon ein Albtraum, lange bevor die erste Arena eingeweiht wurde. In der Siedlung Villa Autodromo wohnten einmal gut 500 Familien. Bis Rios Stadtverwaltung die Räumung beschloss. Wegen der Bauarbeiten am Olympischen Park. Doch viele vermuten, dass hier später einmal teure Apartmentgebäude entstehen sollen. Den Familien wurden Entschädigungen angeboten und neue Häuser. Anderswo. Doch Maria da Peña wollte dem Olympischen Park nicht weichen. Wollte ihr Zuhause nicht verlieren. Es fehlt an Respekt dem Volk gegenüber. Auf der einen Seite habe ich gesehen, wie die Infrastruktur des Olympischen Parks gewachsen ist. Auf der anderen Seite musste ich zusehen, wie mein Viertel zerstört wird. Und das tut weh. Sie haben die Menschen, die hier wohnten, nicht respektiert. Und dann dieses Wort. Entfernung. Es ist ein hartes Wort. Ich finde nicht, dass ein Mensch entfernt wird. Müll wird entfernt. Als Maria da Peña sich weigerte zu gehen, bekam sie mit voller Wucht die Entschlossenheit der Stadtverwaltung zu spüren. Ihr Haus, in dem sie 23 Jahre lang gewohnt hatte, wurde abgerissen. Genau wie fast alle anderen Häuser der Siedlung. Große Politik gegen kleine Leute, so sieht es Maria da Peña. Ihr Vertrauen in Brasiliens Politiker ist zerstört, sagt sie. Wir brauchen Veränderung. Aber dafür muss das Volk mehr Initiative ergreifen. Es muss stark sein und kämpfen. Ich glaube, wir müssen alles ändern. In der Justiz, in der Politik, im Kapitalismus. Wir brauchen Veränderung und müssen das Land radikal umkrempeln. Brasilien in Aufruhr. Millionen sind in den vergangenen Monaten auf die Straße gegangen, gekleidet in den gelb-grünen Nationalfarben, gegen die Präsidentin. Denn immer neue Korruptionsskandale kamen ans Licht, vor allem auch der regierenden Arbeiterpartei. Am Ende forderten viele die Amtsenthebung von Präsidentin Dilma Rousseff. Die konservative Opposition im Kongress der Hauptstadt Brasilia nutzte diese Stimmung, um die Präsidentin aus dem Amt zu drängen. Es hat Brasilien zerrissen. Denn auch für die Regierung haben Hunderttausende demonstriert in den roten Farben der Arbeiterpartei. Auch weil Präsidentin Rousseff persönlich keine Korruption vorgeworfen wird. Was beide Seiten eint, ist das tiefe Misstrauen gegenüber den Politikern. Denn Korruption scheint in fast allen Parteien Brasiliens zur politischen Folklore zu gehören. Gegen die Mehrheit der Mitglieder des Kongresses werden Prozesse geführt, sowohl im Senat als auch im Abgeordnetenhaus. Oder sie wurden bereits verurteilt. Es geht um Unregelmäßigkeiten bei Wahlen zum Beispiel oder um schwerwiegenderes. Veruntreuung, Bestechlichkeit, Geldwäsche, Gründung einer kriminellen Vereinigung. Im Fokus der halbstaatliche Ölkonzern Petrobras. Verkommen zu einem Selbstbedienungsladen für Minister, Gouverneure und Senatoren jeglicher politischer Couleur. Was Brasiliens Bundespolizei nach und nach aufdeckt, entsetzt viele immer wieder aufs Neue. Bei der Vergabe von Aufträgen haben Politiker stets mitkassiert und so Milliarden veruntreut. Nicht nur die Tragweite des Skandals ist historisch, sondern auch die Konsequenzen für hochrangige Politiker. Erstmals räumt Brasiliens Justiz im großen Stil auf. So wie die Ermittlungen vorangingen, in Richtung der politischen Parteien, in Richtung von Politikern in wichtigen Ämtern, das ist etwas, was es in Brasilien bisher nicht gab. Wir hatten Fälle, in denen Senatoren im Amt ins Gefängnis mussten. Das gab es bisher nicht. Das oberste Gericht führt Prozesse gegen mehr als 40 Abgeordnete. Auch das gab es bisher nicht. Getragen vom Unmut im Volk, manövriert der Kongress in Brasilia die Präsidentin ins politische Abseits. Und stimmt für die Amtsenthebung. Das ist ein Brasiliens, das ist ein Brasiliens! Dilma Rousseff spricht von einem politischen Putsch, weil sie sich nichts vorzuwerfen habe. Trotzdem wird sie von ihren Widersachern abgesetzt. Der konservative Vizepräsident Michel Temer übernimmt vorläufig die Amtsgeschäfte. Er präsentiert dem überwiegend schwarzen Brasilien ein Kabinett, das nur aus weißen Männern besteht, von denen einige ebenfalls unter Korruptionsverdacht stehen. Die da oben, wir da unten. Die Regierung über Monate paralysiert. Es sind die Korruption und die Machtspiele, die Maria da Peña an allem zweifeln lässt. An Brasiliens Politikern und auch an Olympia. Und das, obwohl Rios Stadtverwaltung ihr jetzt ein neues Haus baut. Fast genau da, wo ihr altes stand, weil sie am längsten ausgeharrt hat. Leider hinterlassen die Olympischen Spiele kein Vermächtnis. Und wenn, dann nur für einige wenige. Das ist nicht die Schuld der Spiele oder der Athleten, aber es ist die Schuld unserer Regierungen. Was viele gar nicht mehr sehen wollen. Die Olympischen Spiele werden ein Vermächtnis hinterlassen. Ein viel größeres als die Fußball-WM. Neue Infrastrukturprojekte. Neu erschlossene Stadtviertel. Ein Modernisierungsschub für Rio de Janeiro. Zum Beispiel das neue Museum des Morgen im wiederbelebten Hafenviertel. Oder die neue U-Bahn-Linie Richtung Olympiapark. Rios wichtigstes Olympia-Verkehrsprojekt. Die Linie wird erst ein paar Tage vor Beginn der Spiele eingeweiht. Verkehrschaos dürfte trotzdem zum Olympia-Alltag gehören. Die Krise und der Zweifel überschatten in Brasilien derzeit alles. Und auch die Wut über die verschmutzte Guanabara-Bucht, wo die Olympischen Segelwettbewerbe stattfinden werden. Mit seinem Brett paddelt er fast jeden Tag hinaus. Die Guanabara-Bucht, sagt Paolo, ist sein Zuhause. Sein Vater war Fischer. Ich finde, diese Olympischen Spiele werden eine Schande für die ganze Welt. Wenn hier die Sportler ins Wasser gehen und nicht ganz fit sind oder nicht alle Impfungen haben, dann werden sie hier krank. Es ist ein großes Problem. Ich habe mich schon mit mehreren Krankheiten hier eingesteckt. Ich hoffe, dass es irgendwann besser wird. Viren und Bakterien kann Paolo nicht aus dem Wasser fischen, aber wenigstens den Abfall. Es ist sehr traurig. Oft gibt es so viel Müll, dass ich mit meinem Brett kaum noch durchkomme. Deshalb fische ich ihn raus. Ich kann auch nicht die Augen davor verschließen und einfach daran vorbeifahren. Also leiste ich meinen Beitrag, sammle alles in meiner Kiste, tue so viel, wie ich kann. Das löst das Problem zwar nicht, aber ich kann die Situation auch nicht ignorieren. In den Olympia-Fernsehbildern wird die Guanabara-Bucht die perfekte Kulisse abgeben. Segeln unterm Zuckerhut. Genau deshalb werden die Wettbewerbe auch nicht in Gewässer weiter draußen verlegt, die sauberer sind. Was der Zuschauer nicht sehen wird, ist das erschreckende Ausmaß der Verschmutzung. Bei Ebbe stagst man durch Müllberge in den empfindlichen Mangrovenwäldern an den Ufern. Doch für den Biologen Mario Moscatelli ist die Verschmutzung schlimmer, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Mehr als die Hälfte aller Abwässer der Region Rio de Janeiro fließen ungeklärt in die Bucht. Rio ist die zweitgrößte brasilianische Metropole im 21. Jahrhundert. Aber diese Metropole hat eine Beziehung zur Umwelt, oder das, was davon übrig blieb aus dem 17. Jahrhundert. Vor allem was das Abwassersystem angeht. Ein großer Teil der Abwässer aus den Favelas und den anderen Stadtvierteln fließt in die Flüsse und von dort in die Lagunen und Buchten. Die Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro hatte vor Olympia große Versprechungen gemacht. Doch jahrelang ist nicht viel passiert. Die nun eingesetzten Müllschiffe können nichts tun gegen Schwermetalle und Superbakterien. Für die Olympischen Segler wird man die großen Brocken rausfischen. Aber das ändert nichts daran, dass das biologische Gleichgewicht der Guanabara-Bucht für lange Zeit schwer geschädigt ist. Die Guanabara-Bucht ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Eine Kultur der Straflosigkeit. Eine Kultur der Fahrlässigkeit und Unverantwortlichkeit. Und wer zahlt am Ende die Rechnung dieser Apathie? Die Umwelt. Denn die Umwelt zahlt keine Steuern. Und wählt nicht. Also ist sie entbehrlich. Wieder eine Kiste voller Guanabara-Müll. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und löst keines der Probleme. Aber Paolo hat sich in den Kopf gesetzt, etwas zu tun. Auf seine Politiker will er sich nicht verlassen. Er will ein Beispiel geben. Ich kümmere mich um mein Zuhause und ich finde, es ist meine Pflicht als Bürger. Für meine Gesundheit und für meinen Beruf. Also mache ich es einfach und will auch bei meinen Freunden ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie es mir gleich tun. Es ist vielleicht die Arbeit einer kleinen Ameise, aber wenn alle Menschen, die draußen in der Natur sind, das Gleiche tun, dann wäre das eine große Sache. Schau mal, was ich hier rausfische und stell dir vor, es wären 100 Personen, die das machen. Und dann auch noch das Zika-Virus. Viele Olympiabesucher in Angst. Spitzensportler sagen ihre Teilnahme an den Spielen ab. Vor allem fernab von Rio, im Nordosten Brasiliens, leiden die Menschen unter den Folgen des Virus. Brunas Sohn Enzo ist mit der schweren Schädelmissbildung zur Welt gekommen, wegen eines fatalen Moskito-Stichs. Sie wohnen in der Nähe der Millionenstadt Recife und fühlen sich in ihrer Not alleingelassen. Vom brasilianischen Gesundheitssystem, vom brasilianischen Staat. Ich finde, sie sollten nicht so viel in Dinge investieren, die uns nichts Gutes bringen. In die Fußball-WM oder in Olympia. Viele Stadien sind heute verlassen, quasi vom Regenwald überwuchert. Und gleichzeitig fallen viele Krankenhäuser fast in sich zusammen. In ihrem Wohnort, gut 50 Kilometer von Recife entfernt, gibt es noch kein Krankenhaus. Dabei sollten die Bauarbeiten längst fertiggestellt sein. Deshalb muss Bruna einmal in der Woche mit ihrem Sohn zur Behandlung nach Recife. Morgens um sechs bricht sie auf. Es ist jedes Mal eine kleine Weltreise. Drei Stunden für nur 50 Kilometer. Erst zu Fuß, dann mit dem Bus. Inzwischen leiden in Brasilien mehr als 1600 Neugeborene an Mikrocephalie. Wir bräuchten ein besseres Gesundheitssystem. Gerade jetzt mit dem Ausbruch der Mikrocephalie. Das Immunsystem dieser Babys ist so schwach, sie werden so schnell krank. Manche überleben nicht, weil sie schlecht versorgt werden. Manchmal müssen sie Stunden auf dem Gang im Krankenhaus warten und werden nicht behandelt. Zurück in Rio de Janeiro drehen wir in einem öffentlichen Krankenhaus mit versteckter Kamera. Patientenbetten werden über Nacht auf dem Flur geparkt, weil keine Zimmer frei sind. Wie fast überall im Olympialand ist auch dieses Krankenhaus hoffnungslos überlastet und schlecht ausgestattet. Stiller Protest auf der Straße in Copacabana. Dazu kommen nun die Angst vor einem Moskito und die Sorge wegen des Zika-Virus. Bis ein Impfstoff gefunden ist, kann es Jahre dauern. Bleibt nur der Schutz gegen die Mücke, auch während der Olympischen Spiele. Gebetsmühlenartig wiederholt die Politik, worauf Brasiliens Wissenschaftler gerne hinweisen. Während der Olympischen Spiele im August gibt es generell weniger Moskitos als in anderen Jahreszeiten. Im August ist es trockener und kühler als im Rest des Jahres. Wir haben bereits Erfahrungen mit dem Dengue-Fieber, das auch durch Moskitos übertragen wird. Daher glauben wir, dass es zu dieser Jahreszeit nur wenige neue Zika-Erkrankungen geben wird. All die Warnungen, all die Schutzmaßnahmen, vor allem für Schwangere. Für Bruna kommt das zu spät. Sie kann nicht mehr regelmäßig arbeiten, weil sie sich um ihr Kind kümmern muss. Ihre wöchentlichen Busfahrten nach Recife, drei Stunden hin, drei Stunden zurück, sind kräftezehrend. Von der Bushaltestelle weiter zu Fuß, Richtung Krankenhaus. Bruna findet, dass sie trotz allem Glück gehabt hat. Denn ihr Sohn Enzo wurde in das Therapieprogramm einer privaten Stiftung aufgenommen. Alles muss besser werden, sagt Bruna und meint Brasilien. Doch ihr Traum, ihren kranken Sohn in einem öffentlichen Krankenhaus in ihrer Stadt behandeln zu lassen, liegt in weiter fern. Am Strand von Copacabana ahnen die Touristen kaum, wie tief Brasiliens Krise wirklich ist. Besetzte Schulen in Rio de Janeiro. Die Schüler der Olympiastadt machen mobil. Wenn es regnet, tropft es rein. Das ist ein Problem für die Schule. Die Kabel können feucht werden. Das ist gefährlich für uns. Öffentliche Schulgebäude nahe am Verfall. Die Lehrer chronisch unterbezahlt. Auch die Bildung liegt brach in Brasilien. Deshalb gehen neben den Schülern auch die Lehrer auf die Barrikaden. Sie streiken. In vielen Schulen fällt im Olympia-Jahr monatelang der Unterricht aus. Nein zu Olympia. Lehrerwut. Und ein Streik, der ein Licht auf die soziale Ungerechtigkeit in Brasiliens Bildungssystem werfen soll. Sagt Sozialkundelehrer Raphael Santana. Mit dem Streik wollen wir den Schülern beibringen, dass sie jegliche Form von Ungerechtigkeit nicht akzeptieren sollten. Man sollte nicht akzeptieren, dass etwas nicht funktioniert, das funktionieren sollte. Man sollte nicht akzeptieren, dass man nur, weil man arm ist und keine teure Privatschule bezahlen kann, eine schlechtere Ausbildung bekommt. Das sollte man nicht akzeptieren. Der Streik ist ein pädagogischer Kampf. Sie sollen lernen, gegen etwas zu kämpfen, das falsch ist. Das Falsche sollte nicht als gegeben akzeptiert werden. Eine Wohnung mit Aussicht kann sich Raphael Santana von seinem Lehrergehalt nicht leisten. In diesen Tagen bleibt er oft zu Hause. Er streikt. Seine Geschichte ist die eines Aufstiegs. Er zeigt uns die Familienfotos. Der Vater Metzger, die Mutter Hausfrau. Seine Schwester und er waren die ersten der Familie, die studiert haben. Als Lehrer will er denjenigen Chancen ermöglichen, die kaum welche haben, sagt Raphael. Aber er will dafür angemessen bezahlt werden. Ich verdiene umgerechnet gut 600 Euro. Aber diese Wohnung könnte ich mir nicht leisten, neben den Kosten für Strom, Wasser und Supermarkt. Ohne meine Frau, die auch Lehrerin ist, könnte ich hier nicht leben. Deshalb mussten wir auch eine Entscheidung treffen. Wir haben kein Auto. Wir begleiten ihn in eine besetzte Schule. Die 16-jährige Annie führt uns herum. In vielen Unterrichtsräumen bröckelt der Putz von der Decke. Die Sanitäranlagen, ein Albtraum. Die Turnhalle seit einem Jahr nicht fertig renoviert. Genau wie der geplante Computerraum. Sie wollen die Schule besetzt halten, bis sich etwas ändert. Manchmal sitzen 50 Schüler in Klassenräumen, die für 30 gedacht sind. Es gibt nicht genügend Stühle und Tische, weil viele kaputt sind. Für die Politik sind wir Schüler keine Priorität. Priorität haben die Olympischen Spiele. Nicht nur uns geht es so, sondern auch vielen anderen Schulen. Sowohl was die Gebäude als auch was den Unterricht betrifft. Informeller Unterricht im Streikmodus. Zwar hat die Sozialpolitik von Präsident Lula Millionen Brasilianer aus extremer Armut befreit. Doch die große brasilianische Krise droht nun viele soziale Errungenschaften zu zerstören. Die Lehrer müssen stärker wertgeschätzt werden. Der Gedanke, dass der Lehrer eine Schlüsselposition für eine Gesellschaft hat, muss schon an der Uni verankert werden. In Brasilien gibt es ein schlimmes Sprichwort. Du tust so, als ob du mich bezahlst, und ich tue so, als ob ich arbeite. Das heißt, wenn du mich schlecht bezahlst, arbeite ich auch schlecht. Doch um wen geht es letztendlich? Um arme Kinder, die nicht auf eine Privatschule gehen können. Brasilien muss die brutale Kluft zwischen Arm und Reich schließen. Ob dem Land dies gelingt, entscheidet sich in den Favelas. Samba-Rhythmen zum Aufwärmen. Badminton als Jugendprojekt in der Favela. Es war seine Idee. Sebastian hat als Kind auf einer Müllkippe gearbeitet, später Badminton entdeckt und eine Ausbildung als Trainer absolviert. In seiner Favela Chacrinia gibt es weder Polizei noch Sozialprojekte. Seine Badminton-Schule finanziert er privat, auch mit Spenden aus Frankreich und den USA. Sie sollen träumen lernen, zum Beispiel von Olympia. Wir sind sehr froh, dass zwei unserer Spieler bei den Olympischen Spielen teilnehmen werden. Sie kommen von hier und das ist Stoff für Träume. In anderen Favelas, wo es keine Sozialprojekte gibt, träumen viele Jugendliche davon, Drogendealer zu werden und mit einem Gewehr herumzulaufen. Deshalb sind Projekte wie diese so wichtig, weil wir hier positive Beispiele geben. Die Favela Chacrinia im Westen von Rio de Janeiro. Armut, Drogen, Gewalt. Alltag hier und in den mehr als 1000 anderen armen Vierteln der Olympiastadt. Silvia Rosa lebt hier mit ihren fünf Kindern. Ihr Mann schuftet in der Fabrik. Drei Zimmer, unverputzte Wände. Manchmal tropft der Tropenregen rein. Der brasilianische Traum vom Aufschwung hat sich für sie nie erfüllt. Jetzt in der Krise halten sie sich gerade so über Wasser. Die drei Großen spielen Badminton. Ihre Mutter hofft, dass sie dadurch nicht auf die schiefe Bahn gelangen. Ich habe Angst, dass sie falsche Dinge tun. Von vielen Nachbarn höre ich, ah, mein Sohn ist im Gefängnis, er wurde erwischt, weil er gestohlen hat. Das ist meine größte Angst. Deshalb sage ich meinen Söhnen immer, Geld ist nicht alles. Wir leben in einfachen Verhältnissen, aber Geld ist nicht alles. Es sind aber nicht nur die Drogengangs, vor denen Silvia sich um ihrer Kinder willen fürchtet. Oft schießen die Polizisten zuerst, dann fragen sie nach. Es stimmt, dass es hier viele Kriminelle gibt, viele. Aber die Polizei kann nicht erst schießen und dann fragen. Ich denke, die Polizisten müssen besser ausgebildet werden. Oft kommen sie für einen Einsatz in die Favela und denken, entweder töte ich oder ich sterbe. In Rio de Janeiro herrscht Krieg auf den Hügeln der Stadt. Die Angst ist immer da, in den Favelas. Es ist der brasilianische Teufelskreis der Gewalt. Immer wieder sterben Unbeteiligte durch Querschläger. Noch nie fanden Olympische Spiele an einem so gewalttätigen Ort statt wie Rio de Janeiro. Rios Plan, groß angekündigt vor der Fußball-WM, war es, Armenviertel zu befrieden. Drogengangs sollten vertrieben werden, feste Polizeieinheiten sollten Sicherheit garantieren. Doch der Plan ging nicht auf. Der Drogenhandel geht versteckt weiter, die Gewalt auch. Unterwegs mit einer Polizeistreife in der Favela Cajú, ganz nahe der Stadtautobahn, zwischen dem internationalen Flughafen und der reichen Südzone Rio de Janeiro. Wir haben hier viele Probleme. Allein heute wurden hier bereits zwei Menschen angeschossen, nicht durch die Polizei. Eine verfeindete Drogengang kam und schoss auf zwei Männer, von denen einer starb. Es wird immer komplizierter. Immer komplizierter. Immer komplizierter. Katz-und-Maus-Spiel mit dem Dealer. Gestrecktes Kokain gibt es hier für umgerechnet zwei, drei Euro, das Gramm. Ich werde dir eine Revision machen. Ich komme ein bisschen nach hinten. Polizist Zaldanha wirkt frustriert. Nach der Polizei sollten Sozialprojekte in die Favelas kommen, doch die kamen nicht. Und jetzt, in Brasiliens großer Krise, werden sie auch nicht kommen. Die Polizei kämpft auf verlorenen Posten. Es ist so. Wir sind hier in einem Territorium, das viele Jahre von Gangs beherrscht wurde. Es gab kein Gesetz. Es gab keine Polizei. Die kamen hier nicht rein. Es ist sehr schwer, etwas in zwei, drei Jahren zu ändern, was vorher 30 Jahre andauerte. Es hat sich viel verändert. Aber es muss sich noch viel verbessern. Der Ruf der Polizisten ist schlecht in den Favelas. Viele gelten als brutal und korrupt. Ihre Moral am Boden. Wie sicher ist ein Land, das seine Sicherheitskräfte nicht pünktlich bezahlt? Denn seit der Ölkrise im Bundesstaat Rio de Janeiro sind die öffentlichen Kassen leer. Viele Polizeibeamte bekommen ihr Gehalt nur unregelmäßig. Unser Geld kommt verspätet. Und dann auch noch gestückelt. Aufgeteilt in zwei, drei Raten. Oder auch nur zur Hälfte. Jeden Monat kommt unser Gehalt zu spät. Aber wir machen unsere Arbeit einfach weiter. Wir lieben die Polizeiarbeit. Und wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung, die ja keine Schuld trifft. Die Inkompetenz der Regierung darf nicht auf die Bürger zurückfallen. Die Bürger zahlen Steuern und erwarten, dass wir helfen. Wenn sie etwas brauchen, gibt es nur uns. Es gibt keinen Batman, es gibt keinen Superman. Es gibt nur uns. Rund 10 Milliarden Euro werden die Olympischen Sommerspiele in Rio kosten. Mehr als die Hälfte der Summe privat finanziert. Viele zweifeln, dass es sich lohnen wird. Genau wie bei der Fußball-WM. Sebastião hofft, dass Olympia für Brasilien eine Inspiration sein wird. Und keine vertane Chance. Ich hoffe, dass nach den Olympischen Spielen die Spielstätten genutzt werden können, um den Sport weiter zu fördern. Ich hoffe, dass uns der olympische Gedanke viele Generationen lang weiter begleiten wird. Hier in Rio de Janeiro und in ganz Brasilien. Doch wenn wir diese Gelegenheit verpassen, wird die Enttäuschung groß sein. Wir dürfen diesen Moment nicht verpassen. Trotz allem, es können gute Spiele werden. Und aus dem Sorgenkind könnte wieder ein Hoffnungsträger werden. Durch Reformen und durch eine ernsthafte politische Klasse. Doch für den Absteiger Brasilien wird dies ein weiter Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017